Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory, heute mit dem Exklusivkatalog für Januar 2023. Ihr kennt vielleicht schon den viereckigen, den habe ich euch ja hier schon vorgestellt. Hier sind jetzt die seltenen Sets drin und das, was es halt nur bei Lego direkt gibt. Den Katalog hier bekommt ihr auch nur im Lego Store oder halt online oder er wird euch halt zugeschickt, weil ihr schon mal was im Lego Shop bestellt habt. Mir wurde jetzt zum Beispiel zugeschickt und wir fangen hier direkt an mit Lego Friends. Keine Sorge, die anderen Themenreihen sind hier auch drin, nur Lego Friends wurde ja jetzt komplett einmal rebranded und es gibt neue Charaktere. Tja, zum Beispiel hier sie, da habe ich erst gedacht, das ist ein Fehler, aber tatsächlich hier fehlt die Hand. Das finde ich sehr, sehr cool. Es gibt natürlich auch Menschen, die halt keine Hand, keine zwei Hände haben und die sind dann halt auch hier mit angesprochen, beziehungsweise fühlen sich dann ein bisschen mehr inkludiert. Und warum sollte man das nicht auch in einem Lego Set darstellen, haben sie ja auch mit den Hörgeräten zum Beispiel gemacht vor einiger Zeit. Hier geht es jetzt los mit der internationalen Schule, die haben wir ja auch schon vorhin gesehen. Da sind dann einige der neuen Figuren dabei. Das Ding bekommt ihr hier für 99 Euro, knapp 900 Einzelteile, fast 1000 Einzelteile waren sie sogar dabei. Ist ein bisschen bunt für meinen Geschmack. Ihr habt halt innen dann so ein paar Klassenräume, die ihr euch angucken könnt. Es geht hier natürlich noch weiter mit viel mehr Friends Sets, wie zum Beispiel diesem Riesenset hier, dem Stadtzentrum. Das hat jetzt 2000 Teil und kostet 160 Euro. Ich persönlich finde diese Schräge hier ganz interessant. Es wirkt sehr modern. Dort hinten geht dann auch eine Treppe hoch, ein Brunnen mit so einem Lego Stein dort in der Mitte. Und tatsächlich haben sie hier gar nicht die neuen Straßenplatten verwendet. Eine Überraschung. Das hier ist dann tatsächlich Outtunes House. Also ich dachte erst, es soll Herbst heißen. Englisch heißt das ja, wird das ja ungefähr so ähnlich geschrieben. Aber das ist tatsächlich eine der Hauptcharakteren. Na jetzt. Das Restaurant ist am Start für 30 Euro. Das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich teuer. Hier geht es weiter mit noch mehr Neuheiten. Da ist einerseits hier diese Tierklinik bzw. das Katzenhotel. Hier die Tierklinik ist da unten. Für 30 Euro. Das sieht eigentlich ganz nett aus mit dieser Katze, die dann da oben am Schlafen ist. Wäre natürlich cool gewesen, noch was vom Innenraum zu sehen. Das Hunderettungszentrum für 60 Euro. Das sieht ein bisschen teuer aus, um ehrlich zu sein, von der Größe her. Hier geht es weiter mit dem Campingausflug. Natürlich, das 4 Plus Set muss wieder richtig reinknallen mit 87 Einzelteilen. Und für 25 Euro dann. Tja, und das Tiny House gibt es auch noch. Das finde ich ist gar nicht so schlecht. Ach, da oben kann man es sogar sehen. Das lässt sich dann aufklappen. Friends-Reihe bin ich jetzt nicht so 100% drin. Ich finde es aber manchmal ganz nett. Kann ich natürlich auch nicht so bewerten, weil ich früher nie mit Friends gespielt habe. Bei allen anderen Themen rein kann ich es halt aus meiner Kindheitsperspektive immer noch ganz gut sagen. Hier gibt es die Rapunzel-Spieluhr. Überrascht mich, dass es davon nur Rapunzel gibt und nicht noch mehr von den Prinzessinnen. Der Katamaran von Vianna. Ehrlich gesagt, sieht der ziemlich weird aus. Und dann halt hier noch das Abenteuerschloss. Aber das ist schon etwas älter. Bei Friends gibt es auch Neuheiten. Da wird es auch bald Harry Potter-Sets dann tatsächlich. Zum Beispiel Hedwig und dann halt mehrere Dinge, die man sich da nochmal nachbauen kann. Ich habe einmal so ein Armband gekauft. Hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen. Aber die Themenreihe gibt es auch schon relativ lange. Das heißt, irgendwo scheint es dafür Abnehmer zu geben. Harry Potter. Da sind jetzt im Januar keine neuen Sets herausgekommen. Im März werden uns aber Sets erwarten. Habe ich euch auch schon in einem News-Video gezeigt. Zaubereiministerium. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Obwohl es, wenn es so starr steht, ein bisschen instabil ist. Gab es aber jetzt oft auch bei Amazon mit 50% Rabatt. Das heißt, so gut kann es dann glaube ich doch nicht laufen. Das ist neu. Der weiße Hase. Der hat definitiv nicht den Leg Day geskippt hat, wenn man sich das mal ja anguckt. Cooler finde ich dann noch den Tiger. Wobei der natürlich auch nicht schlecht aussieht. Aber der ist von den Bautechniken her und wie er aufgebaut ist und von den B-Modellen einfach ein phänomenales Creator 3 in 1 Set. Sogar von das, was hier gerade ist, auf jeden Fall das Beste. Meiner Meinung nach zumindest. Bei Mario geht es weiter. Da sind jetzt ein paar neue Sets gekommen. Ihr braucht halt immer eins von den drei Starter-Sets, um bei Mario irgendwas machen zu können. Ballonfahrt von Peach. Allerdings ohne Peach. Also das ist genau mein Humor hier. Ihr seht, die ist da so leicht ausgebleicht. Die ist nicht mit in diesem Set enthalten. Aber das Ding heißt einfach Peach Ballonfahrt. Kreativbox gibt es wieder für 60 Euro. Den Pick Condor Picker. Der sieht gar nicht so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Hier nochmal ein weiteres Set, wo ihr dann so einen Anzug für Mario bekommt. Diese Achterbahnen da hin und her. Guck mal, da sind sogar zwei doppelte Achterbahnschienen übereinander eingebaut. In zwei verschiedenen Farben. Und dann halt das Karl Ross Abenteuer Erweiterungsset. Ninjago. Das sind auch alles die Januar Neuheiten. Die dürfen jetzt eigentlich auch schon überall verfügbar sein. Dieser Eisdrache, den finde ich ganz cool. Das ist mir erst später aufgefallen. Der lässt sich tatsächlich von dem Drachen auch in noch so einen Mech umbauen. Der Mech sieht an manchen Stellen ein bisschen unförmig aus. Was daran liegen könnte, dass er halt eigentlich ein Drache ist. Trotzdem finde ich die Idee ganz cool, sowas umbauen zu können. Motorrad finde ich zu teuer für 45 Euro. Und das Teil sieht einfach nur generisch aus. Den finde ich ganz nett. 80 Euro ist aber auch eine Ansage dafür. Für den Erddrachen. Viele mögen die Drachen von Cole nicht. Ich finde den Erddrachen hier eigentlich ganz in Ordnung. Gibt mir so ein bisschen Vibes vom Balrog aus Herr der Ringe. Der übrigens gleich auch noch in diesem Katalog kommt. Zwei von den Mechs sind dabei. Die haben dann hier wieder diese neueren Gelenkteile für 20 Euro. Bei Superheroes, ja, worüber wir vom Thema sprechen, sind die jetzt auf 15 Euro angestiegen. Es sind schöne Mechs. Die wenige Figuren sind auch schön. Aber der 5 Euro Preisanstieg, das ist ja dann 50 Prozent, tut schon sehr, sehr weh. Das habe ich auch schon reviewt. Miles Morales, sein Fahrzeug hier gegen Morbius. Morbius ist natürlich das Highlight in diesem Set, weil es den noch nie vorher gab. Den Ghost Rider hier unten finde ich für 35 Euro ein bisschen zu teuer. Da ist halt quasi so ein Mech nur von Ghost Rider dabei und dann noch ein Motorrad. Kann sein, dass es bei Kindern gut ankommt. Dafür sitzt er mir aber noch ein bisschen zu locker auf dem Motorrad. Falls ihr da genauere Bilder wollt, dann müsst ihr euch das Review anschauen. Quinjet ist ein tolles Set aus manchen Perspektiven. Gucken diese Landräder dann halt noch raus und so ein paar Ecken haben sie nicht ganz optimal getroffen. Ist schade und natürlich, ihr könnt die Aufkleber hier wechseln. Das heißt, zwischen Shield und Avengers könnt ihr dann hin und her switchen. Aber sie haben zwar doppelte Aufkleber reingelegt, aber nicht doppelte Einzelteile. Das heißt, wenn ihr den Aufkleber einmal draufgeklebt habt, dann müsst ihr den entweder abreißen und kaputt machen oder halt drüber kleben. Das ist alles nicht so ganz durchdacht. Da hätten sie mehr Einzelteile reinlegen müssen, was für den Preis eigentlich auch noch drin gewesen wäre. Der Hike Buster ist klasse hier, wobei sie ein bisschen geschummelt haben. Der steht hier nur auf den Zehenspitzen. Wenn er normal auf den Füßen steht, dann kippt er so leicht nach vorne. Das ist nicht ganz so schön und 40 Euro hätten dafür auch gereicht. Oder halt noch eine Hulk Big Fig oder sowas dazu. Lego Duplo braucht, glaube ich, nicht viel zu sagen. Bei Stunts geht es weiter mit zwei neuen Motorrädern und auch noch einigen Sets. Mal gucken, ob die gleich noch kommen. Mars, da haben wir dann diesen Rover. Finde ich persönlich ein klasse Set. Das gab es auch mit ordentlicher Watt letztens. Das ist halt so lustig, weil das so durch die Gegend fährt und dann so, ohne sich wirklich zu drehen, auch wieder wenden kann. 4 Plus hier nochmal der Einsatzwagen von der Feuerwehr. Der sieht gar nicht so schlecht aus hier mit den sechs Rädern der Drohne und so weiter. Für City auch noch halbwegs in Ordnung vom Preis her. Polizeischule für 90 Euro. Ist mal was Neues. Sieht aber auch an einigen Ecken, gerade hier unten mit den ganzen Noppen, relativ kahl aus. Hat aber gar nicht die neuen Straßenplatten dabei. Also scheinbar scheinen sie die wieder eingestellt zu haben. Mal schauen. Vielleicht kommen ja die alten wieder dann zurück. Mobiles Polizeihundetraining gibt es hier hinten. Das ist ganz lustig mit dieser einen Minifigur hier. Der sieht halt aus wie so ein Kaktus. Also das ist das Kaktus-Teil, nur halt in einer anderen Farbe. Hier haben wir den Tierrettungswagen auch von 4 Plus. Den Slush-Eiswagen. Also diese Wegen, die gab es ja jetzt schon länger. Finde ich ganz lustig mit diesem Slush dort oben drauf. Und die Müllabfuhr. Vertane Chance. Da kann man nicht diese Funktionen. Also da gab es mal so ein Ideaset, wo man dann den Mülleimer quasi reinheben konnte. Das hat dieses Fahrzeug leider nicht. Das wäre cool gewesen. Hier ist halt einfach nur ein Standardfahrzeug. Was aber auch vielleicht ganz gut in eine Lego City reinpasst. Offroad Adventure hier. Das ist ganz lustig. Da haben wir dann unten so ein Gummiband. Das dient dann quasi als Federung. Das funktioniert schon ganz gut. Hatten wir damals in der Technik-Reihe. Da gab es einen ähnlichen Mechanismus für. Bei Technik geht es wieder weiter mit Monster Jam. Diese Rückziehtautos scheinen wohl ganz gut zu laufen. Sonst würden sie nicht schon wieder das für neue Sets herausbringen. Den Porsche hier finde ich überhaupt nicht ansprechend, um ehrlich zu sein. Genauso wie den Bugatti-Boliden. Den Shelby finde ich dann noch halbwegs in Ordnung. Ach so, genau. Und der hat ja auch noch Rückziehtmotoren drin. Die anderen. Ach doch, der hat auch Rückziehtmotoren drin. Den finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Das ist der McLaren Senna GT-R. Gab es auch bei Amazon jetzt ein Black Friday für 25 Euro oder so. Das ist wirklich dann ein guter Preis, finde ich. Den Jeep Wrangler. Sieht auch in Ordnung aus, meiner Meinung nach. Der Dodge Charger für 120 wäre mir ein bisschen zu teuer. Alles so ab 90 okay, wenn man Fast and the Furious mag, meiner Meinung nach. Eine Pistenraupe. Grandioses 10-Euro-Set. Hat mehr Funktionen als so manches 400-Euro-Set in der Technik-Reihe. Habe ich jetzt zwar noch nicht gebaut, aber ihr könnt halt sehen. Hat immerhin auch ein B-Modell dabei. Hier oben Brickheads werden da angedeutet. Herr der Ringe. Drei Stück gibt es jetzt insgesamt. Es folgt noch ein großes UCS- bzw. Masterbuilders- bzw. Exklusiv-Set von Herr der Ringe, was wahrscheinlich Bruchtal sein wird. Bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Macht natürlich Sinn, weil es irgendwie in Herr der Ringe auch und auch im Hobbit drin ist. Wenn da dann alle Zwerge, alle Gefährten und dann noch ganz viele Elben dabei sind, lasse ich mich drauf ein. Ich hoffe nicht, dass es im Mikrofiguren-Scale wird. Aber nun gut, das zeigt sich dann alles. Lego-Store-Werbung haben sie hier noch. Ach guck mal, aus welchem Jahr kommt das denn? Ach, da gab es noch das Simpsons-Haus damals. Das ist schon ein sehr veraltetes Foto. VIP-Mitglied, ja, kann man werden. Blibla blub. Neue Star-Wars-Sets. Da habe ich schon das eine oder andere von. Die Slave One habe ich auch gebaut. Das ist ein solider Micro-Fighter und der TIE-Bomber ist auch kein schlechtes Set, um ehrlich zu sein. Würde ich natürlich immer nur mit Rabatt mitnehmen, das Zeug. Das ist viel zu teuer, eine übertäuerte Baseplate für 50 Euro. Wurde dementsprechend auch ganz gut reduziert jetzt bei den ganzen Aktionen. Angriff der Dark Trooper. Immer noch ein schönes Set mit den Dark Trooper-Figuren. Luke Skywalker, ihr könnt den Aufzug dann noch umdrehen und einige Funktionen da auslösen. Ist halt quasi so eine Art Dark Trooper-Battle-Pack. Wobei es jetzt auch 5 Euro teurer geworden ist und dann nur 166 Einzelteile dabei sind. Das ist halt schon dann sehr, sehr teuer. Tarsten Raider ist der neue Brickhead in der Star Wars-Reihe. Habe ich noch nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht kaufen. Brickheads, das ist mir einfach inzwischen zu viel, um es alles noch zu sammeln. Die Justifier haben sie noch mal 10 Euro teurer gemacht letztes Jahr. War schon im Sommer, als es rausgekommen ist, schon zu teuer. Gab es auch teilweise mit 50 Prozent. Dann würde ich sagen, kann man es kaufen. Es ist kein grandioses Schiff oder so. Ich verstehe auch nicht, warum sie es gemacht haben, weil es halt nur so kurz in der Serie vorkommt. Es hätte ein Gunship sein können. Aber gut, vielleicht bekommen wir das Gunship dann in diesem Sommer. Die Razorcrest gibt es. Und 600 Euro habe ich auch schon ein Review zu gemacht. Es hat mal einen Teilepreis von unter 10 Cent, was bei einem Star Wars-Set nicht häufig vorkommt. Es ist auch eigentlich gut als Set. Das kann man nicht anders sagen. Man bekommt aber, okay, die ist jetzt hier nicht drin, auch immer noch eine Razorcrest für 140 Euro, die halt kleiner nicht so detailliert ist, aber dementsprechend halt auch nur wesentlich weniger kostet als dieses riesige Ding. Ach genau, und hier sind die UCS-Plaketten noch mit einem Sticker gelöst. Im nächsten Jahr wird es dann dort auch Prints geben. Jedenfalls ist es so in den Gerüchten zu hören gewesen. Neue Minecraft-Sets. Das finde ich ganz cool hier mit dem Ender-Drachen. Halt im End, die End-Arena mit einem Enderman noch dabei und zwei Spielern, die halt ganz gegeneinander kämpfen können. Der vereiste Gipfel, die gibt es hier noch. Halt so ein bisschen eisig. Und das Panda-Haus, das mögen sie ja ganz gerne, dass sie irgendwie ein Schweinehaus, ein Hähnchenhaus oder halt ein Panda-Haus machen. Den Panda, den kann man auch dann so hinstellen. Genau, da sieht man es dann nochmal. Das Skelettverlies, das ist schon älter, 30 Euro. Da ist dann ein Skelett-Spawner dabei und drei Skelette. Bienenhäuschen, genau, reden wir über Häuschen, geht es weiter mit den Bienen hier. Sieht auch gar nicht schlecht aus, bekommt man dann halt vier Bienen, glaube ich, drin. Das Schwert, das Schwert, der Schwert-Außenposten. Ich weiß nicht, warum jemand sich ein Schwert in die Landschaft bauen würde in Minecraft, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Ich wundere mich auch, warum wir noch nicht so ein komplettes Schwert mal als großes Master-Builder quasi Minecraft-Set bekommen haben. Duell in der Finsternis haben sie hier noch. Ist dann auch noch so eine Funktion, wo er da oben rauskommen kann, okay. Okay, das ist für mich alles so ein bisschen Neuland, weil Minecraft habe ich schon ewig nicht mehr gespielt und diesen Typen gab es noch nicht, als ich damals Minecraft gespielt habe. Das Sumpf-Abenteuer finde ich persönlich ein schönes Set für 10 Euro. So ein bisschen Battle-Pack, wobei, also da bekommt man halt einen Zombie-Alex noch dazu. Die Chinese New Year-Sets, die sind jetzt auch bestellbar. Die waren ja ein bisschen verspätet, ich glaube, am 10. Januar sind die dann herausgekommen mit der Neujahrsparade. Ja, muss ich sagen, reißt mich nicht so sehr, wie jetzt dieses Eislauf-Set aus dem vorletzten oder letzten Jahr. Aber trotzdem sieht es noch ganz cool aus, wenn man halt in so einer Art Sets Interesse hat. Ich bin gespannt, wie es mit der Neujahrsreihe weitergeht, ob sie da noch weitere Ideen finden. Denn zum Beispiel dieses Set hier finde ich absolut langweilig. Gut, ich bin jetzt nicht in dieser Mond-Neujahrs-Tradition drin und kann das deshalb nicht so bewerten, was es für eine Relevanz hat. Für mich sieht es aber einfach nach zwei Kästen aus, die so ein paar Schnickschnack-Teile noch dabei haben. Ganz nett finde ich aber dann doch den Baum hier oben. 25 Euro für 336 Einzelteile. Hier dann nochmal weitere Seasonal-Sets, Rosen, solche Papageien. Ne, Turteltauben sind das. Okay, Verzeihung, ach man. Gut, dass ich mich hier noch korrigiert habe, sonst würde das jetzt schon hundertmal in den Kommentaren drin stehen. Die Große Welle ist ein neues Mosaik-Set, beziehungsweise ich persönlich finde es noch ein bisschen besser als ein Mosaik-Set, weil man halt hier diese einzelnen Texturen drin hat. Der Rahmen ist nochmal was anderes. Gab es auch als Ideas-Set. Wurde natürlich abgelehnt, weil sie das wahrscheinlich schon selber geplant hatten. Kommt, glaube ich, auch in den freien Handel, diese Große Welle. Dann nochmal einige Pflanzen. Wird es jetzt auch dann demnächst noch neue Pflanzen geben. Neu ist das Modular. Genau, ab dem 1. Januar für VIPs gab es das. Ob man das Modular jetzt mag? Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan davon. Habe ich auch oft in den Kommentaren gelesen, dass Leute es halt nicht so cool finden wie andere. Ich meine, sie haben ja noch viele Möglichkeiten, was sie machen könnten. Krankenhaus, ein Remake von einer Feuerwache oder sowas. Oder nochmal so ein großes Kaufhaus wie damals. Den Eiffelturm. 10.000 Einzelteile. Das zweite Ledo-Set mit 10.000 Einzelteilen. Sieht bombastisch aus, wenn man das aufgebaut vor sich hat. Das Aufbauen an sich ist keine große Freude mit diesen ganzen Streben, die hier überall drin verteilt sind. Da baut man viel doppelt. Zum Beispiel die Beine. Das besteht auch wieder aus vier einzelnen Modulen. Und da baut ihr viermal diese vier einzelnen Module. Und dann halt nochmal viermal die Beine. Es dauert Ewigkeiten. Ich persönlich würde es mir aber, wenn ich den Platz hätte, zu Hause hinstellen. Weil es halt einfach cool aussieht von der Höhe. Aber vielleicht, ja gut, die ist jetzt hier nicht drin. Sollte man dann auch definitiv sich die Titanic nochmal genauer angucken, wenn man darüber nachdenkt, so ein großes Lego-Set zu kaufen. Die Office, neues Sitcom-Set. Bei uns in Deutschland nicht so gehypt. Bei den Amis drüben haben das, glaube ich, einige sehr gefeiert. Ich habe die Serie mal angefangen. Für mich war das einfach nichts. Aber wenn man sie kennt, dann sollte man, denke ich, diese ganzen Referenzen, die sie hier eingebaut haben, auch kennen. Die Starry Night von Van Gogh. Genau, ist ein Ideas-Set. Auch mit dem Museum of Modern Arts müsste das sein. Da gibt es bald auch nochmal weitere Neuheiten. Das ist dann Avatar. Bitte nichts zu Avatar 2 Spoilern. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich möchte ihn aber gerne noch sehen. Das sind halt die Sets, die dazu neu rauskommen. Beziehungsweise ein Set. Ja, genau, hier hinten ist es ja. Fehlt tatsächlich noch. Da seht ihr es hier hinten. Diesen Hai, den haben sie. Ich glaube, einer davon ist exklusiv von diesen Sets. Ich muss mal gucken, welches das genau ist. Und ich schreibe euch das dann nochmal hier hin. Die Sets sind ehrlich gesagt ein bisschen teuer. Und es ist halt auch eine Geschmacksfrage, ob man diese neuen Figuren mag oder nicht. Dabei war es das soweit für diesen Katalog. Ihr findet hier noch mehr Katalog-Videos. Danke fürs Zusehen. Und ciao, ciao.